So, Maps, Crapyard. Wir fangen hier schon in einer kleinen Lagerhalle an, wie es aussieht. Ähm, ja. Sieht ja schon mal schick aus. Vor allem nicht wie bei vielen anderen Maps immer dieser schöne komplette Grasboden. Selbst in den Hallen und sowas hier wird natürlich schön auch ein vernünftiger Boden passend gestaltet. Das ist natürlich richtig geil. Das macht auch gleich viel mehr Spaß. Diesmal mit meiner Skorpion, wegen Missionen, wie man oben rechts sehen kann. Äh, mit Sniper habe ich schon mal eine 50. Jetzt brauche ich ein bisschen mit der Leichten hier. Also muss ich zusehen, dass ich die jetzt auch mal hinkriege. Oh, meinen eigenen Mann wollte ich erschießen hier. Versteckste. Komm, den knallen wir jetzt erstmal ab. Skorpion ist eigentlich auch eine ganz schöne Waffe. Hat ganz guten Durchschlag hier. Ach, scheiße. Eigentlich nehme ich immer Knarre, wenn ich so stehe. Aber egal. Da ist ein Sniper. Den muss ich auch kaputt machen. Da steht auch schon wieder einer. Ich bin genau im Spawn gelandet. Okay, weiß ich wenigstens jetzt, wo der Spawnbereich ist. Jupp, schnell weg hier. Sonst bin ich hier wieder Spawncamper. Möchte ich natürlich nicht. Aber wenn man die Map nicht kennt, dann passiert das ganz schnell, dass man da reinkommt. Ui, wo bist du? Boah, da hinten, da hinten, da hinten, du Sack. Oh, danke. Du hast mir geholfen. Der hat mich abgeknallt. Uh, uh, uh. Boah, da leckt ja was. Da leckt was, da leckt was. Ich bin's nicht. Aha. Die Lakritze leckt. Ach, Lakritze. Warum leckst du denn? Mal gucken, kommen die denn so weit? Ich glaube, die explodieren alle auf dem Dach. Ach nein, die kommen dahin. Wie, kein Kill. Das ist aber, naja, immerhin geschwächt. Das reicht ja schon. Wo seid ihr? Ne, die Map gefällt mir auf jeden Fall ganz cool. Vor allem, wie gesagt, der Boden, das macht schon viel aus. Man sieht's hier mal wieder. Das macht schon viel, viel schöner. Viele Sachen zum Verstecken. Viele chillige Häuser. Lagerhallen. Und noch vieles mehr. Ui, da hat mich einer entdeckt. Das ist blöd, weil der hat einen Sniper und ich bin nicht in der Lage, doch. Ah, die Skorpion ist ja richtig schön. Nein, lass mich in Ruhe. Du hast mich nicht gesehen. Oh, du leckst. Ey, hör auf zu lecken. Ich treff dich jetzt nicht. Was ist das denn? Lakritze, wie hast du mich denn jetzt schon wieder gekriegt? So, jetzt schieße ich von hier hinten und von hier hinten und schmeißen ein. Nein, nein, nein. Boah, danke, 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 danke. Ihr habt mir geholfen, Jungs. So, die kommen da hinten her. Dann schmeißen wir auch da hin. In der Hoffnung, dass wir was treffen. Jetzt laden wir mal in Ruhe nach. Na, komm schon. Boah, das war noch nicht dein Ernst, oder? Ihr kämmt ja selber in eurem Sporn, ey. Kann ich das auch machen? Du, was zieh ich da? Lass den Jojo in Ruhe. Aber der hat sich ja schon sehr gut selbst verteidigt hier. Und dann gehen wir mal hier weiter. Komm schon, raus hier. Komm schon. Wer traut sich? Wer traut sich? Nee, nee, nee. So leicht mache ich es euch nicht. Hm, 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 hm. Lol, Flory, ich hoffe, du bist mir nicht böse. Aber wenn ich gerade im Spiel bin, dann schreibe ich gerade nicht so gerne zurück. Ich... Ja, ich bin tot. Na, man muss auch sterben können. Steh dann für einer. Also, der ist schon tot. Okay. Wo bist du? Boah, von hinten. Du bist aber hier. Oh nein. Der hat zu viel Energie durch. Oh, shit. Jetzt wollte ich gerade noch was versuchen. Nein, es klappt natürlich gar nicht. Boah, kommt der jetzt? Jetzt kommt meine Knarre hier. Nichts geht gegen meinen Revolver hier. Das ist klar, ist hier. Ihr habt keine Chance. Hohoho. Oh, nee, das wird jetzt... Nö, nö, nö. Komm, jetzt ein bisschen hier. So. Jetzt nehmen wir wieder Revolver. Ey. Ey, jetzt gibt es doch nicht noch einer. Nein, ich bin tot. Das darf doch nicht sein. Wo sagt... Boah, in unserem Revier. Rauchgranate. Das kann es doch nicht sein. Wer schmeißt die Rauchgranaten, ey? Diep, 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 diep. Und wer ist da hinter mir? Der Ender-Hater. Dich hab ich auch. Geht doch nicht alle mal hier lang. Jetzt verstecken wir uns hier. Oh, und da taucht einer auf. Ja, hab ich noch. Mit Pistol. Oh, mein Herzschlag. Er wird schwach. Zack. Und... Ey, nein, weg hier. Mal ein bisschen hier auf dem Boden. Ey, wo ist die andere? Die Schnolle weggeschmissen? Mensch. Lass ihn in Ruhe. Nein. Ender-Hater hat mich gekillt. Es darf doch nicht wahr sein. So. Eins. Zwei. Ey. Nee. Ey, uh, uh. Ich dachte, du wärst schon tot. Ich dachte, du wärst schon tot. Was machst du da? Nein. Komm her. Das macht mir super. D-d-d-d-d-d-shot. Oh, scheiße, der... Armut dann. Nö, war doch unsere B.U.C. Äh, Entschuldigung. Skorpion. Oh, nein. Der wurde ins Gesicht goldgegossen. Ob das nicht wehgetan hat? Die wurde passend angefertigt. Direkt über sein Gesicht. Das tut doch weh. Doch. Bonus. Bonus. Wir folgen dir. Auf Schritt und Tritt. Von hinten schießt mich einer ab. Das mag ich nicht. So. Guck, guck. Dann eben vorne raus. Sehr gut. Nein, sie kommen, sie kommen. Ey. Wer kommt dann? Oh. Bonus. 7900. Hat mich kaputt geschossen. Was geht denn hier ab? Was geht denn hier ab? Ihr könnt doch nicht einfach bei uns reinkommen. Das geht doch gar nicht. Wer war das jetzt schon wieder? So, dann gehen wir mal hier ins, äh, was ist das, äh, ja. Gute Frage. Oh. Oh, das ist der Gold. Die Goldmaske. Goldi, goldi. Bald gibt's bestimmt echt von jedem Scheiß einmal was in Gold. Dann laufen ja richtig so komplett vergoldete Brickmänner rum. Sieht bestimmt richtig geil aus. Wenn du komplett alles in Gold hast. Mal gucken, wie viel Karat dann ist er. So, komm, schieß, schieß. Oh, wir haben gewonnen. 43,8. Nicht schlecht. Ja, das ist die Map Scrapyard von La Critze. Ja. Schick, schick. Auf jeden Fall richtig schöne Map. Also gefällt mir voll. Hast du die 10 verdient. Auf jeden Fall. Ja, das war's dann auch.